jo leute willkommen zurück und jetzt machen wir mal zurück wo wir stehen dieses mal nehmen wir mal die gute gadget die wir noch nie genommen haben aber jedes mal ist ein gutes anfang wunderbar willst du nicht auch noch aufnehmen eigentlich nur ich auf nehme auf oder was ok moment in den quank oder mordok das war eine gute war und ob sich aber vergessen auf aufnehmen zu drücken 57 minuten jetzt positiv sein ist anstecken geben mit guten beispiel voran nee alle fünf stunden ganz einundzwanzig uhr nachher ständen du bist jetzt du bist ja sehr nett zu mir ich glaube ich lass kurz bleiben bin ich hör mal zu was sie sagen auch mensch hört doch mal auf kinder flächenwirkung annäherungsmine flächenwirkung cool der bewegt sich wieder nicht nein nein also snack wo ist snack geräusch snack snack ich hab snack gehört wo muss heute noch resi aufnehmen wo moment ich komme gleich ich habe was vergessen zu machen du 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 hallo hör doch auf du gehst einem schlechten beispiel voran mein freund stirb stirb schau mal wir drei fernkämpfer wir buchen nahe kämpfer ja wir drei sind hier fernkämpfer buchen wir nicht alles klar angreif angreif ha immer weiter angreif immer weiter angreif ein spritzer ne haha ein spritzkämpfer alles klar ja jetzt hab ich sogar noch punkte bekommen wirst du ein schiefer war cool aber mit der äh andere seite hat man blick war an hat man blick war nein schade oh jetzt haben wir jetzt alle hier links ey alle sind rechts das nervt mich irgendwie ihr seid mal in die mitte ich will noch aufleveln ich will noch aufleveln das weißt du doch okay okay Ich bin ein wenig, ich bin ein wenig. Komm Gib zu Ach ja, ich brauch Kartenpunkte, Chris Noch ein bisschen Nein Nein Moment, ich komm dann gleich Ich glaube, einer ist rausgegangen, oder? Ja, Moment Hat nur kurz YouTube angemacht Ich hab nur kurz YouTube angemacht Die Fettige verpissen sich immer Und dann verarschen die dich noch Ist die Fee überhaupt da? Ja, die Fee ist noch da Oha, guck mal, jemand ist schon Level 4 bei den Gegnern Oha La 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 Achso, du meinst gegen mich. Fuck. Fuck. Okay. Hm. WTF? Ey, wir greifen rechts an. Wir greifen rechts an, ne? Nur Info. Okay. Devin. Okay. Devin. WTF? Nein. No. Oh, my. Hä? Was ist mit meinem Level? Nein, ich meine mein Mana. Achso. Ey, ich brauch mal Kartenpunkte. Kartenpunkte. Hi, Jack. Okay. Moin, Victor. Warum? Okay. Ja. Okay. Okay. Ja, das kenne ich. Ja, ja, wir haben es gehört. Okay. Oh, High-Carter, die- boss. Band High-Carter, die- boss. Das ist wunderbar. Möng voll. Yo, gut mong. Oh. Ah. Ah. ich komme gleich cool dabei hast du spielst jetzt auch paragon ja nein woche nein gegen spieler gegen spieler aber du kannst spieler gegen kai das spiel ja aber wir spielen ja wir spielen auch gegen kai keine ahnung ja 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 klar oh Mist also ich hab schon alle freigeschaltet Joa warum nicht und hast du den tutorial schon fertig und wie findest du das spiel wie findest du das spiel so lange ich kenne league of legends überhaupt nicht ich brauche kartenpunkte nur tempo danke schonmal Mist ich brauche Hilfe cool aber ich such mal Hilfe komm mal zu mir die quid hilft mir schon und quid wie findest du greystone ja wie hast du gesagt der war scheiße ne ja ich sag dir doch immer brauchen passende stack ne da wird spaz mach watch this watch this watch on i Ich brauch auch ta kraft vom Superlate ich zeth' so wieder ein paar lagern quit Jo, ist doch okay, oder? Ist doch okay, ist okay. Äh, ich brauch mal Hilfe kurz. Okay. Ich bin schon fast los. Nein. Nein. Frech mich. Ja, alles klar. Ey, äh, ja. Ja. Ja, ist man eigentlich mit Greystone immer. Jo, mit Greystone muss man immer Gefahren rechnen. Ich glaube, da gehe ich auch mitten rein. Jo, gerne. I need help. Die ist OP, ne? Nicht du, die hier. Diese Frau. Oh, mit Fernkämpfer kann ich überhaupt nicht. Ich kann mit Fernkämpfer überhaupt nicht. Äh, aber das, ey, äh, Chris, aber das ist das einzige Mal, ne? Chris, das ist aber das einzige Mal mit, äh, Greystone, ja? Weil, weiß ja. Nein, ich meine, äh, ich hab irgendwie Bock jetzt nochmal mit ihm zu, also mit nächster Runde mit ihm zu spielen. Ach so. Ach ja, stimmt. Vergessen. Lalalalalala. Es ist... Doch. Hey, du hast doch gedötet. Oh, ich bin echt tot. Oh, ich bin echt tot. Komm. Nein, ernst. Dankeschön. Dein R. Ja, ernst. Jetzt kommt da. Hier. Greif ihn an, greif ihn an, greif an. Das ist die perfekte Chance gekriegt von mir. Ja, perfekt. Ey, ich war gerade gebratet von irgendwie Scorch, glaube ich. Nein. Keine Cola-Flasche. Wenn ich fragen darf. Keine Ahnung. Ey, ich brauche noch einen Kartenpunkt. Äh, zwei meine ich. BTF. Ach, nichts, nichts. Ich gucke gerade ein Video nebenbei. Ich gucke gerade nebenbei ein Video und der hat sich gerade verändert. Oha. Vollendet. Super gemacht. Cool dabei. Du hast vollendet. Hast voll abgegradet. Nein, 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 nein. Ich komme zu spät. Ich komme zu spät. Verdammt. Level A, ach, 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 Level A, ach, ach, ach. Warum singe ich das Titelbaut? Äh, nee. Ja, nicht. Ich glaube ja nicht, dass wir das in 15 Minuten schaffen. Äh, Cola-Flasche, ich mache mal Hilfe, Verteidigung vielleicht. Ah, danke schön, Cola-Bei. Jetzt komm her. Oh, nee, wir müssen Mitte, Mitte, Mitte verteidigen. Komm mit. Oh, nein. Hallo, hört ihr mich? Der Orb. Chris, der kinkische Orb ist abgegradet. Nein. Ja, die ist Orb, die ist Level-Up-Op. Ja, ja. Nicht mal. Verdammt, ich bin fast tot. Ich brauche Hilfe. Oh, ganz knapp. Komm. Oh, ganz knapp. Jetzt brauche ich noch drei. Ja, muss ich. Mitte und links. Moment. Ich mache jetzt Spezialfähigkeit. Du kannst angreifen, Chris. Chris, komm her. Greif an, mein Schatz. Greif mal an. Greif an, mein Schatz. Greif an. Oh, Cola-Bei hat schon. Bitteschön, Cola-Bei. Extra ziemlich geschwächt. Okay. Ich komme Mitte. Aber da brauche ich jemanden Hilfe, das. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, das ist diese Frau, meine ich. Diese Leute namens. Keine Ahnung. Da wollte ich ja helfen. Komm, komm. Mann, ich wollte den Kill, aber egal. Greif down. Von wem? Äh, nein. Ich habe keinen Kill. Ich habe nicht mal einen Hellen Kill. Äh, ich habe wirklich keinen Kill. Ja. Sagt der, der ist auf euch. Ah, egal. Schaffe ich dann ohne. Komme gleich. Jo, ich komme gleich. Ich brauche noch, äh, sieben Kartenpunkte. Ey, ich bleibe in der Nähe des Dings, ne? Der Basis. Verteidige dann ein bisschen. Aber dafür werde ich Kartenpunkte machen, ja? Hört ihr mich? Gut. Kommt her. Ha. Oh. Oh, das war cool. Das war wirklich cool. Okay. Tut mir leid, ich bin nicht in der Nähe. Ach, komm. Oh. Ey, das ist wirklich sehr effektiv. Das ist wirklich sehr effektiv. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich die bedienen kann. Sehr leicht. Jetzt weiß ich, wie. Ey, ich weiß jetzt, wie ich die machen kann. Wie ich sehr viel Schaden machen kann. Moment. Vielleicht könnte es sein, dass ich jetzt sterbe. Ah, Mist. Mist, bin tot, bin tot. Hab noch hundert. Ja, gleich. Äh, bei mir. Ich brauche Hilfe. Hilf mir mal. Dankeschön. Ich bin der. Ich dachte schon, ich bin low level. Bin eigentlich mit der mit dem meisten level. Kennt ihr vielleicht Kingdom Hearts? Ich guck gerade, das ist ein Display. Ich guck wieder ein Display. Ah, Mann. Wieder zu spät. What the fuck? Ah, fuck. What the fuck? Äh, nein. Oh. Ey, ich bleib in der Nähe, ne? Also, verteidigen. Wenn ich, äh, wenn ich dann Fernkämpfer bin, kann ich immer verteidigen. Oh, toll. Und sonst wahrscheinlich. Ich bin gleich drei bei mir. Ich brauche Hilfe. Nein. I need help. Or I die. Mann, damm. Ich bin tot. Sorry. Das geht mal, ne? Chris, wie gefällt der Chris-Ton eigentlich? Sag mal richtig. Hm? Oh, Achtel ist da. Ach, Achtel von, was du hier magst. Ah. Ich kenn's doch, oder? Ja, extra. Ich kenn's doch den, ne? Magst du ihn? Ich weiß. What the fuck? Ey, guck mal nach rechts. Äh, rechts. Guck mal nach rechts. Wie viele da sind. What the fuck? Stop. Mach' ich mehr Schaden. Sorry, ich fü- Moment, ich mach' mal mehr Schaden. Mach' ich mehr Schaden machen kann. Ich weiß, jetzt war's. Boom. Wollen wir Golem mit singen? Ich geh' zu Golem. Hey, alle gehen schon zu Golem. Äh, ja, du musst aber erstmal noch heilen, ne? Hey, du hast ja auch schon Dings, ne? Oder noch nicht. Moment. Ich sag' schon mal, ich benötige hier Hilfe. Ähm. Achtung, Hilfe. Damit alle herkommen sollen. Sollen, ja? Wo bist du? Ich seh' dich nicht. Ach, da bist du. So. Wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt oder? Auf Corel-A-Buy warten. Nein, ich mein', ich hol' die anderen aus unserer Gruppe auch noch. Okay. Ja, ja. Wow. What the hell? Was? Ey, nein. Ich bin getroffen worden. Halt, ich bin tot Ich bin halb tot Geh weg, geh weg, geh weg Verdammt, einer wollte uns schon helfen Die ist zu spät gekommen Die greift auch an Ah, wir haben gewonnen Toll, oder? Oh, jetzt gleich futter ist schön Pizza Oh, eigentlich drei Zwei Zwei Vier Ja Oh, ich hab jetzt Level 2 Dieses Mädel Und das heißt Wir werden Diesen Helden Als nächstes Spiel Im nächsten Spiel Diesen guten Grim-Ex Ah Yep Jo Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns dann In der nächsten Partie Tschau Leute Ah, okay Okay